Hallo Katja. Hallo. Ja schön, dass du da bist. Ich weiß ja, dass du schon ziemlich lange Yoga machst und dass du mal so ins Qigong hinein spüren möchtest. Und zwar hast du gehört, dass ich so ein spezielles Qigong mache, das Qigong der spontanen Bewegung, was nicht so viel gemacht wird in Deutschland. Ich weiß nicht, warum du da ein spezielles Interesse hast, aber ist auch egal. Ich finde es toll, dass du es mal ausprobieren möchtest und dafür werden wir uns ein wenig Zeit nehmen. Alles klar. Gleich erzähle ich eine kurze Geschichte vorab zu meiner Erfahrung mit dem Qigong der spontanen Bewegung. Es war Mitte der 80er Jahre, da habe ich meinen ersten Tai Chi Chuan Kurs gemacht. Volkshochschule und ich bin da hingegangen und habe brav eine Tai Chi Chuan Form gelernt und als der Kurs dann vorbei war, habe ich das auch einige Zeit praktiziert und komischerweise immer festgestellt, immer wenn ich fertig war mit dem Üben, hatte ich das Gefühl, der Körper wollte nicht ruhig stehen bleiben, sondern hat plötzlich so Bewegungen gemacht, so schwierige Bewegungen. Manchmal auch so Zuckenbewegungen, das Gesicht hat irgendwie gezuckt und so. Ich fand es aber nicht unangenehm, aber ich fand es irgendwie merkwürdig, um das mal so zu sagen. Und nach einer gewissen Zeit habe ich dann auch mit Tai Chi Chuan aufgehört und bin dieser Sache nicht nachgegangen. Ja. Ja. Interessant. Bis ich 1996 von einer Großmeisterin gehört habe, die Qigong gemacht. Da ist also wieder nach dem Tai Chi Chuan das Qigong wieder in mein Leben getreten. Und zwar diese besagte Großmeisterin, Gao Yun heißt sie, damals 60 Jahre alt, war mit ihrer Tochter in Deutschland, hat einen Wochenendkurs Qigong gegeben. Ich habe mir freitags den Vortrag angehört und es hat mich so tief beeindruckt, dass ich gesagt habe, das Wochenende, das probiere ich aus. Da gehe ich mal hin. Und das hat eine Riesenveränderung in mein Leben gebracht. Es waren ungefähr 60 bis 80 Leute da. Die Frau war bekannt, sie gehört zu den weltbesten Qigong-Meisterinnen, die es gibt. Mittlerweile praktiziert sie, glaube ich, nicht mehr. Die dürfte um die 80 irgendwo sein. Ach, wer weiß. Wer weiß, ja. Ich weiß nur, dass ihre Tochter jetzt die Kurse gibt, sie jetzt nicht mehr. Und ich bin dann dahin gekommen, dass wir am Ende dieses Kurses da standen und die Übung abgeschlossen haben mit einer Bewegung, die in diese Richtung geht. Und die Meisterin sagte, okay, ich sende euch jetzt einfach noch ein bisschen Energie von der Bühne. Die stand auf so einer Art Bühne irgendwie, dass wir sie alle sehen konnten. Es war eine entsprechende Räumlichkeit. Und da ist sie hergegangen, ich hatte die Augen zu und dann hat die Schwertfinger gemacht, das nennt man so. Er hat Energie ausgesendet, das nennt dann Fa-Chi, weil Chinesen, was große Meister können, Energie aussenden. Und danach passierte unglaublich viel im Raum. Ich stand also da. Ich hatte plötzlich das Gefühl gehabt, von unten her wird mir ganz warm. Mein Körper hat angefangen, sich zu bewegen. Ich habe plötzlich gehört, Leute haben Geräusche gemacht. Ich habe dann mal geguckt und gesehen, dass manche Leute da standen und haben zu schütteln. Und alles Mögliche passierte dann in diesem Raum. Ja, das war der Beginn von einem Qigong der spontanen Bewegung, was ich dankbarerweise erleben durfte. Am Schluss haben wir die Energie eingesammelt. Ich habe dieses Qigong dann einfach praktiziert. Was ich von ihr gelernt habe, habe ich eine Zeit lang praktiziert. Ein paar Wochen, zwei, drei Monate und danach war ich wieder gesund. Ich hatte die Kraft wieder, die mir neun Jahre auf Hand gekommen war. Ich habe auch gesagt, wow, genau. Das muss ich weitermachen, ja. Ich habe dann später eine Frau da, habe ich eine Assistenz gemacht bei ihr, habe dann Qigong gelernt. Fünf Jahre bei verschiedenen Lehrern, bei ihr, bei ihrer Tochter, bei anderen Großmeister und hatte fünf Jahre später, habe ich die Lehren auch nicht bekommen für dieses Qigong. Und das möchte ich auch lernen. Ja, das glaube ich, ja. Und da bin ich natürlich, wie soll ich sagen, sehr, sehr dankbar dafür, dass mir das passiert ist. Interessant. Super, hört sich toll an. Also ich mache ja Kundalini-Yoga, auch weil ich das Spontane mag, weil da ein bisschen mehr Bewegung drin ist und nicht so starr. Und deswegen bin ich jetzt sehr interessiert daran, diese Flow-Bewegung zu spüren und diese Erfahrungen zu machen. Ja, da zu spüren, da zu spüren. Ja, da zu spüren. Ja, da zu spüren. Ja, da zu spüren, im Körper zu spüren und in der Energie, genau. Wobei das natürlich hier in diesen Räumlichkeiten, die wir haben, in dieser Kürze der Zeit, wenn wir nur kurz Qigong machen, dann wird es nicht so stark sein, wie ich das damals erlebt habe. Aber du solltest zumindest am Anfang wahrnehmen und ich zeige dir auch das Geheimnis, wie du reinkommst. Ja, wunderbar. Super. Ja, danke. Also es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Wer hat es gesagt? Ja, Goethe. Okay, dann fangen wir einfach mal an und gucke mal, ob es dir gelingt, in so eine spontane Bewegung reinzukommen. Das ist das erste Mal, dass du sowas machst und ich kann es dir jetzt nicht garantieren. Manche brauchen da Wochen dafür, manche Monate, aber ich habe so das Gefühl, bei dir kann das sein, dass es gut und schnell irgendwie funktioniert. Wir fangen an mit einer ganz leichten, aber sehr, sehr wichtigen Qigong-Übung, die da heißt, der Wind bewegt den Weidebaum. Da hast du schon im Prinzip der Bewegung drin. Du bist einfach zum Baum. Die Füße sind wie die Schulter breit. Ja, die Schulter breit. Lass die Arme hängen am Körper. Genau, mal schlocker. Arme hängen lassen, genau. Die hängen einfach so seitlich am Körper, ja. So, und die Finger sind auch ein bisschen noch berührt. Also die Finger nicht ganz zusammen, einfach schön öffnen, entspannen. Und jetzt die Achselhöhen ein bisschen lüften. Ja, genau. Achselhöhen ein bisschen lüften. Und was jetzt wichtig ist, in zwei Sachen. Ganz leicht in die Knie gehen. Ganz leicht. So ein bisschen da. Genau. Und jetzt spür mal rein. Jetzt spür mal rein. Du stehst unten fest, bist tief verwurzelt mit der Erde und du bist jetzt so ganz leicht. So. Und unten bist du schwer, bist verwurzelt, aber hier oben hängst du am goldenen Himmelsfarben. Und genieße einfach mal diesen Zustand. Unten schwer, oben leicht, nahezu schwerlos. Wunderbar. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Aus dem Herzen lächeln. Ja, das Herz ist in der chinesischen Medizin das Organ, der Regent aller anderen Organe. Die Königin in deinem Fall von allen Organen. Wenn es der Königin gut geht, geht es dem Reich gut. Du darfst aus dem Herzen lächeln. Und wenn du vielleicht im Leben keinen Grund hast, aus dem Herzen zu lächeln, weil die Waschmaschine kaputt gegangen ist und das Auge oder was weiß ich was. Dann sende einfach drei Gründe für Dankbarkeit aus. Und sende diese Gründe um dich herum kugelförmig aus. Denn das Herz sendet die Energie in die Matrix kugelförmig aus. Entspannen. Leicht in die Knie gehen. Und stell dir vor, du bist ein Baum, der im Wald rumsteht und der nichts machen muss und ganz leicht bewegt wird. Spür rein. Ganz leicht bewegt. Ich sehe schon, du hast hier so eine ganz leichte Bewegung. Wichtig ist, dass du dich den Zustand genießt. Denn das ist der Qigong-Basis-Zustand. Bevor man mit Qigong anfängt, sollte man in diesen sogenannten Qigong-Zustand hineinkommen. Wunderbar. Lass einfach die Bewegung zu. Lass kommen, was kommt. Ja, wunderbar. Noch mehr entspannen. Noch mehr aus dem Herzen lächeln. Und schon hast du den ersten, leichten, freien Fluss. Oft kommen dann so Drehungen dazu. Genau. Wunderbar. Sehr, sehr gut. Angenehm, ne? Und wenn du das jetzt abstoppen willst, fokussiere dich einfach mit dem Geist auf deine Fußsohlen. Lege die Hände auf den Unterbauch. Du als Frau bitte die rechte Hand nach unten legen. Und die andere oben drauf. Und schau dir die Bewegung auf. Der Geist geht unter die Hände. Dein Bewusstsein. Und du sammelst dein Ski ein. Augen öffnen, kurz Fäuste ballen. Hallo, ich bin wieder da. Das hat schon ziemlich gut geklappt. Man merkt, dass du auch ziemlich lange Yoga schon machst. Irgendwie, du bist sowas, was den Körper betrifft. Und das Bewusstsein betrifft sehr offen. Was mache ich denn jetzt mit Leuten, bei denen das nicht der Fall ist? Tja, dann muss man die Leute einfach ein klein bisschen zurückführen in ihre Kindheit hinein. Kleine Kinder machen sich nicht so einen Kopf, ja, und versuchen sich zu kontrollieren. Die sind sehr offen für sowas. Und dann mache ich einfach Folgendes mit den Leuten. Wenn ich merke, die stehen stach wie eine deutsche Eiche, die der Wind überhaupt nicht irgendwie bewegen kann. Sondern dann mache ich Folgendes und sage denen einfach, stell euch nochmal vor, ihr werdet ein kleines Kind. Ihr seid im Kindergarten und es soll ein kleines Theaterstück aufgeführt werden. Nehmen wir an, Hänsel und Gretel. Alle Hauptdarsteller sind schon besetzt. Hänsel, Gretel, Vater oder die Hexe und wer auch immer noch da mitspielt. Wir brauchen noch Bäume. Oh ja. Genau. Die Leute... Du wirst dann zum Baum werden. Du musst nicht so viel auswendig lernen. Und wir machen einfach Folgendes. Du stellst dir vor, du stehst mit anderen auf der Bühne, bist schön im Grün. Die Hose hat ja schon so eine Färbung, ja. Du bist ein Baum. Du bist ein Baum, als Baum gekleidet. Und das wäre jetzt das Schlimmste, wenn der Form aufgeht und das Bild wäre so statisch. Da stehen, was weiß ich, 15 Bäume rum und es passiert nichts. Deshalb sagt die Kindergärtnerin oder der Kindergärtner sagt jetzt aber folgendes zu dir. Ja. Stell dich einfach hin, entspannt hin. Und jetzt machen wir das Gleiche nochmal. Geh ganz leicht in die Knie. Aus dem Herzen lächeln, die Arme hängen lassen. Und jetzt spielst du einfach mal einen Baum. Jetzt stell dir vor, die Form geht auf und es weht ein ganz leichter Wink. Weht über die Bühne hinweg und du fängst einfach an. Du bist jetzt ein Baum. Du spielst einen Baum im Wind. Genau. Da dürfen sich auch die kleinen Blätterlein bewegen in den Händen. Genau. Wunderbar. Sehr, sehr gut. Darf das auch ein bisschen höher gehen? Ja, ich weiß ja nicht, was der Wind ist. Ja, du bist der Baum und wenn der Wind irgendwie so kommt, dann bewegt sich der Baum. Es gibt ja dicke Bäume, die bewegen sich nicht so und die Dünnung, die gehen im Wind eher mit. Also, je nachdem was passiert. Wunderbar. Alles klar, das was kommt. Wichtig ist, dass du vollkommen entspannt bist und das genießen kannst, diesen Zustand. Ja? Und dass der nicht irgendwie vom Geist irgendwie, was weiß ich, geleitet wird, sondern von innen her, von dem inneren Skifluss. Und wenn wir das jetzt einfach abstocken, was schon super läuft, Fokus auf den Fußsohlen, Hände auf den Unterbauch und der Skifluss ist vorbei. Okay? Ach, ich will immer Baum sein. Du willst immer Baum sein, genau. Wunderbar. Als der indische Fürst Bodhidharma im 6. Jahrhundert, so erzählt die Geschichte, von Intil nach China gekommen ist, dort lange meditiert haben soll, ist er auch auf seinem Weg zum südlichen Shaolin-Kloster gekommen und hat dort die Mönche in einem sehr schlechten Gesundheitszustand vorgefunden. Die haben sehr hart arbeiten müssen, die Ernährung war schlecht. Und er hat ihnen Übungen gezeigt, die ins klassische Qigong eingegangen sind, unter dem Namen die 18 Lohan-Händer. Lohan ist ein Erleuchteter. Ja? Ja, die Erleuchtung. Genau, die Erleuchtung, genau. Und die erste Übung davon, die ersten 8 sind bei uns bekannt geworden unter dem Namen die 8 Brokate. Ein Brokat ist ein edles Tuch. Ja? Und der erste Brokat, den ich dir zeige jetzt, ist eine Übung, die speziell aus diesem Kloster herauskommt. Das heißt, wenn jemand in Deutschland einen Kurs macht, heißt es nicht, dass er die gleiche Bewegungsfolge hat. Die wird ähnlich sein, aber nicht genauso. Ich zeige dir die Übung jetzt, wie sie aus dem Shaolin-Wa-Nam-System entstanden ist. Ein gewisser Herr Wa und ein gewisser Herr Nam haben diese traditionellen Übungen im Shaolin-System weitergegeben. Ja? Ja. Die Übung wird dort noch regelmäßig verwendet oder auch von den Shaolin-Wa-Nam-Leuten, die hartes Qigong betreiben, Kampfeskunst, und zwar zu Beginn, um die Energie aufzubauen und zum Schluss, um die Blockaden aus dem System zu lösen. Das ist eine Übung, die ist relativ leicht zu lernen, wirst du gleich sehen, hat aber sehr viel energetischen Schmackes. Ja? Okay. Und den möchte ich dir mal zeigen. Mal gucken, ob es gelingt bei dir, das Ski dadurch besser noch zum Fliesen zu bringen, als vorher bei dem Baum, der vom Wind bewegt wird. Ja? Du machst Frankis, stell dich einfach wieder so hin, so ähnlich, nur mit dem Unterschied zu vorhin, die Füße bitte relativ eng beisammen. So? Ja genau, das langt. Die Arme hängen am Körper, seitlich. Bisschen entspannt. Mhm. Achselhöhen etwas zu lüften. Also ganz leicht hier die Achselhöhen hier ein bisschen lüften. Mhm. Ganz leicht, nicht so stark. Wunderbar. Leicht in die Knie gehen. Und schau mal, ob du jetzt schon wieder in diesen Zustand kommst, der Wind bewegt den Weidenbaum. Aus dem Herzen lächeln. Was ungemein wichtig ist, du bist unten schwer, oben bist du leicht, ganz entspannt. Und schau mal, die Bewegungsfolge jetzt bei mir. Es beginnen, die Arme hängen so, dann gehst du einfach mit den Händen so und schaust auf die Hände. Das ist der erste Teil. Ja? Genau. Wichtig ist hierbei, dass die Arme gestreckt sind. Mhm. Ja? Aber nicht überstreckt. Also nicht so. Sondern sie sind gestreckt und sollen auch gestreckt bleiben. Nächster Teil. Du gehst den Armen nach oben, schaust auf die Hände, bleibst gestreckt, unter den Händen und jetzt hebst du aus den Schultern kurz den Himmel an. Ja genau, super. Jetzt werden die Hände da hin und dann gehst du seitlich runter. Schön entspannt. Schön entspannt. Also nicht so ein Stück schön entspannt und geh runter. Das ist schon die Bewegungsfolge. Einfach. Ist einfach, ne? So, Achtung, nochmal, Hände so. Pass auf den Blick. Bleib mit dem Blick vorne. Der Blick ist entweder gerade aus oder du guckst auf die Hände. Während du jetzt die Hände drehst, geh dann einen Blick auf die Hände. Dann gehen die Hände nach oben. Jetzt unter den Händen den Himmel anheben, die Finger rein und seitlich runter gehen. Schön entspannt nach oben gehen. Schön gleichmäßig. Nicht runter. Ja, wunderbar. Super. Dann wieder. Geht sofort los. Nicht atmen. Einatmen durch die Nase. Sanft verteilen, schön den Atem. Dass du schön nach oben kommst, den Himmel anheben. Nicht atmen. Finger zum Himmel und gerade runter. Und über den weich geöffneten Mund ausatmen. Genau. Das machen viele Leute falsch, indem sie einfach nur so machen. Also richtig. Richtig den ganzen verbrauchten Energie ausatmen. Und nochmal. Nicht atmen. Auf die Hände kommen. Das ist gut, was du machst, dass die Arme immer gestreicht sind bei dir. Gehst nach oben. Einatmen. Den Himmel anheben. Nicht atmen. Und jetzt auch nicht ausatmen. Und gerade auskommen. Super. Nicht atmen. Wieder um. Und jetzt machen wir noch Folgendes. Stell dir vor, du atmest Energie ein. Nicht nur Sauerstoff. Genau. Du atmest Energie in alle Zellen deines Körpers ein. Den Himmel anheben. Den Himmel anheben. Und allen verbrauchten Energie raus. Gerade auskommen. Sehr, sehr gut. Und noch einmal. Energie einatmen. Hinter den Himmel anheben. Hänge zum Himmel anheben. Und noch einmal. Und jetzt aus dem Herzen lächeln. Dass wir auch das Herz hier einbinden können. Und Müll raus. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Ich würde ganz gerne mit dir jetzt auch im Blick machen. Das ein paar Mal jetzt praktizieren. Und dann den freien Fuß übergehen. Lass mich kurz mal an diese Stelle treten. Damit ich einen Fehler zeigen kann. Ja. Den viele Leute machen. Wenn die Leute das praktizieren. Dann ist eines der Hauptfehler. Oder zwei Fehler. Die einfach einfach sind. Dass sie mit den Augen irgendwo durch die Gegend geistern. Das heißt, wenn sie das hier gemacht haben. Dann gucken sie irgendwo hier so rum. In der Gegend. Soll es einfach bei dir bleiben. Du bist entweder fokussiert. Eigentlich bist du auf dich von innen her fokussiert. Ja. Und bleibst einfach entweder auf den Händen. Unter den Händen. Oder einfach wieder nach vorne. Ohne etwas anzunehmen. Ohne guckst du in die Weite. In die Weite gucken. Ja. Der nächste Fehler den die Leute machen. Das ist das so machen. Und gehen so hoch. So dass die Ehrenbogen angewinkelt sind. Das hat dann nachher, wenn sie hier sind. Dass sie den Himmel anheben. Dass sie den nicht aus den Schultern anheben. Ja. Und das ist das Wichtigste bei der gesamten Übung. Denn diese Übung dient dazu. Die Wirbelsäule, die ein bisschen gestreckt wird. Durch diese Dehnung. Dass das genau in diesem Augenblick, wo das passiert. Dass du den Himmel anhebst. Wird die noch ein kleines bisschen mehr gestreckt. Und dann kann die Energie nach oben fließen. Das ist das Wichtigste von der Übung. Wenn die Leute die Übung so machen, hat die keinen Sinn. Mhm. Okay? Ja. Bist du bereit? Ja. Machen wir zehn Mal. Und dann... Siehst du mit? Ich zähle für dich. Ich hoffe, dass ich mich nicht verzähle. In den entspannten Zustand gehen. Die Füße sind. Irgendwann zusammen. Hast du schon gut drauf? Ja. In den ersten Knie gehen. Öffnen. Entspannung. Wohl fühlen. Du darfst noch ein kleines bisschen mehr in die Knie gehen. Genau. Und jetzt spür mal rein, ob du schon in diesen entspannten Zustand kommst. Der Wind bewegt den beiden Bauch. Genau. Du hast es schon. Mhm. Da bist du schon. Und dann kannst du anfangen. Das macht die Augen auf. Aus dem Herzen lächeln. Nicht atmen. Und dann atmet durch die Masse. Den Himmel anheben. Nicht atmen. Den Himmel anheben. Den Himmel anheben. Und sehr gut. Schön langsam runtergehen. Du musst von runtergehen. Auf die Hände kommen. Schön entspannt. Und jetzt stell dir auch vor, dass du Energie einatmest. Du atmest jetzt nicht nur Sauerstoff ein, sondern auch Chi. Und atmest all Müll aus. Ein Smile von dir hart aus dem Herzen lächeln. Ein Gefühl der Leichtigkeit. Was du hast. Du hast immer noch leicht in den Knien. Ja. Und. Super. Super gut. Gut. Das sieht schon alles sehr, sehr gut aus. Ich brauche kaum muss zu sagen. Um nicht zu sagen, gar nichts im Augenblick. Gut. Das ist gut, dass du einfach so in die Ferne guckst. Scheinbar muss dann so bei dir noch fünf Mal. Mal. Normalerweise lasst du das die Leute so 20, 30 Mal machen. Hier kürzen wir das ein bisschen ab. Und. Wunderbar. Und schön entspannt in den Knien. Noch entspannt bleiben. Diesen Zustand noch drei Mal. Mal nach oben gehen. Sehr, sehr gut. Und loslassen. Halb Müll raus. Halt Stress des Tages. Zweimal. Einmal. Und. So. Auslassen und anschließend direkt den Gefallen, wo es übergehen. Schau mal, was sich zeigt, was kommen will. Vollkommen entspannt bist du jetzt. Ja, super. Dann läuft es doch schon. Lass einfach los. Genieße das, was jetzt an Bewegungen kommt. Und lass das Ski jetzt für dich arbeiten. Hast jetzt genug getan. Das Ski macht alles. Darfst auch die Füße bewegen jetzt. Wir sind jetzt kein Baum mehr. Genieße einfach das, was kommt. Und genieße die Entspannung und die Ruhe in dir. Und ganz genussvoll die Energie für dich arbeiten lassen. Sehr gut. Die Bewegungen können sich ändern, wie jetzt bei dir. Mach dir keinen Gedanken, warum das so ist. Kriegst du es uns auch nicht raus. Lass einfach los. Das, was kommt, das kann kommen. Und manche setzen sich auch hin oder in die Hocke oder manche trampeln auf oder machen das, was kommt. Einfach loslassen. Einfach entspannt sein und loslassen. Und diesen Zustand, den kann man ruhig 1, 2, 3 Minuten genießen für sich selbst. Manche auch länger, wie das für sich ist. Und um das abzustoppen, Fokus auf die Fußsohlen. Hände auf den Unterbauch legen. Bewusstsein in den Unterbauch, unter die Hände. Und dadurch wird die Lebensenergie dort eingesammelt. Dann langsam die Augen öffnen. Kurz die Fäuste bauen. Loslassen. Hallo. Katja ist wieder da. Ich bin wieder da. Ist wieder da, genau. Wie war das für dich jetzt? Sehr schön. Das ist auch mit der Zeit ein bisschen fließender geworden vom inneren Gefühl. Ja. Also die Bewegung können sich immer ändern. Als ich damals in meiner Lebenskrise war und die Übungen gemacht habe, nachdem ich bei Gary Lund gelernt hatte, hatte ich unheimlich viele anscheinend Blockaden in den Knien. Ja, hier sind ja auch die Meridianien, Beinlaugen, Nieren, Blasen, Meridianen, Magen, Mehl, Leber, Galle. Und das stand eine ganze Zeit und für nun und dann, hat nur so gewippt hier mit den Knien, ja. Also nach der Übungen. Also genau. Oder plötzlich hat das so angefangen, so Zillen, so total schnell, wie bei so einem Steppfenster. Das bekomme ich jetzt gar nicht hin, ja. Oder wenn die Hände so schnell werden, dann kann es sein, dass die Blockaden hier sind, dass die sich lösen. Ja. Ja. Wenn das dann die freie Energie ist. Wenn die freie Energie ist, kann es sein, dass das mal so ganz stark wird, vor allem wenn man eine Qigong-Gruppe hat und jetzt nicht wie wir fünf Minuten Qigong macht, sondern mal länger macht. Ja, dann können die Übungen, dann kann die Übungen sehr energetisch werden und das Qi kann richtig doll fließen. Und zum Schluss einfach einsammeln und das loslassen. Denn das ist ein Aspekt, der fehlt ganz, ganz vielen Qigong-Systemen. Die Freiheit. Wir sind im Westen, wir sind nicht in China. Ja, wir dürfen unser Qi fließen lassen. Also, ich sage immer eins, Freiheit für das Qi. Ja, das ist wichtig. Danke. Danke. So, jetzt hast du schon mal ein erstes Gefühl für die spontanen Bewegung bekommen. Ja, das war sehr schön. Hast du auch etwas angenehmer gefunden, so sollte es auch irgendwie sein, zumindest am Anfang. Es kann sein, dass die Bewegungen auch schneller werden, dass sie heftiger werden. Je mehr Qi du aufbaust, desto mehr geht das Qi durch die Blockaden in den Meridianen hindurch. Und das führt dazu zu einem sogenannten Yin-Yang-Ausgleich im Körper. Schon bei dieser einen Übung. Schon bei dieser einen Übung. Wobei wir diese Übung jetzt zehnmal gemacht haben. Und ich würde, wenn jemand zu mir kommt, würde ich sagen, mach es mindestens 20 bis 30 Mal, dass du einen Effekt hast. Und damit diese Übung auch wirklich segensreich werden kann für dich selbst. Was wichtig ist allerdings zu sagen, die Spontanbewegungen sind in China verboten und in Deutschland sehr, sehr wenig bekannt. Das hat einen historischen Grund. In den 80er Jahren in China war ja diese schreckliche Kulturrevolution mit diesen 100.000 und Millionen Toten vorbei. China war ja komplett normalisiert gewesen. Weil Qi Gong war in der Zwischenzeit verboten worden. Man wollte das irgendwie ausrotten in China. Das ist aber Gott sei Dank nicht gelungen, sodass in den 80er Jahren die Leute wieder anfangen haben, Qi Gong zu praktizieren. Du musst dir vorstellen, die standen auf großen Plätzen rum und haben dort gestanden unter Anleitung eines Lehrers praktiziert. Stellbar ist eine Stunde Qi Gong gemacht und danach Spontanbewegungen praktiziert, weil die automatisch kamen. Und der Lehrer hat die auch dahingehend angefeuert. Passiert ist allerdings Folgendes. Das war ja ein traumatisiertes Volk. Die Bewegungen wurden stellenweise sehr heftig. Wurden sehr schnell. Die Leute haben sich abgeklopft in den Augen und haben gezockt. Haben stellenweise geweint und geschrien auf diesen Plätzen. Stelle vor, 100 Chinesen, die da standen, haben sich da richtig emotional massiv ausgedrückt. Weil das alles ins Fließen kam. Weil das alles ins Fließen kam. Und es passierte Folgendes. Parallel dazu gab es unglaubliche Heilungen. Die Leute haben dadurch, dass sie diese verdrängten Emotionen, die bei ihnen tief im System drin waren, dass die zum Ausdruck kamen, auf diese Art und Weise konnten wirklich starke Heilungen geschehen. Draußen. Dieses Qigong der Spontanbewegung hat sich zu Beginn der 80 Jahre wie ein Feuer über ganz China ausgebreitet. Es haben 100.000, Millionen Leute in kürzester Zeit praktiziert. Überall standen sie rum. Also kinderalte? Nein, die Kinder, glaube ich, die wenige. Die Bilder, die ich gesehen habe, haben jetzt nicht direkt Kinder gezeigt. Zumal auch die Chinesen oft frühmorgens vor der Arbeit praktizieren. Das sind die Kinder vielleicht noch nicht so zugegen an den Plätzen. So. Es gab auch gleichzeitig Qigong-Zeitschriften. Also Qigong hatte eine absolute Blütezeit erlebt, er lebte zu Beginn der 80er Jahre. Dann passiert im Prinzip Folgendes. Es gab, wie soll ich sagen, innerhalb der Qigong-Familie gibt es ja verschiedene Richtungen. Es gibt das Taoistische Qigong, Buddhistische Qigong. Und viele Leute aus dieser traditionellen Richtungen, die kamen und haben gesagt, das, was da abläuft, das geht ja gar nicht. Ein Chinese, der da draußen rumschreit und rumheult oder so rumzuckt, der verliert sein Gesicht. Das kann ich mir ins Bild gedacht. Das passt nicht in das Bild von China. Wie stellt sich denn China dar? Und jetzt gab es zwei Richtungen. Die einen, die Taoisten und Buddhisten aus der traditionellen Richtung, die gesagt haben, ja, es ist wichtig, der Geist muss doch alles beherrschen. Du hast doch eine Emotion, dann setz dich hin und schau sie dir an, bis sie vorbei ist. Aber mach das mal, wenn du traumatisiert bist. Nur mal als Beispiel. Also die Traditionalisten haben das bekämpft und die anderen waren darauf begeistert. Ja, es ist dann anscheinend aber auch irgendwann mal so passiert, dass es auch, glaube ich, innerhalb von irgendwelchen Gruppen, dass es dann aber vielleicht eine Verletzung gab. Man sprach auch davon, dass es vielleicht einen Todesfall gab, dass er einen Herzinfarkt bekommen hat oder sonst irgendwie etwas. Und dadurch wurde dieses System mehr und mehr stigmatisiert. Aber ich muss dich mal eins fragen. Jetzt mal ganz im Ernst, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute einen Herzinfarkt kriegen, wenn sie in Deutschland joggen oder Sport machen. Neulich beim Stadtmarathon ist auch einer umgekippt und das hat jetzt nicht verboten. Oder man hätte dann sowieso den Herzinfarkt bekommen. Ja, zum Beispiel. Also das wäre nicht der Grund gewesen. Aber du kannst davon ausgehen, dass die chinesische Regierung sehr daran gelegen war, diesen Aufbruch der Freiheit in China, der durch Qigong war, zu unterdrücken. Und so hat man dieses Qigong stigmatisiert, hat den Stempel gefährlich aufgedrückt und hat es verboten. Es ist also bis heute verboten, darf in China nicht praktiziert werden. Bis heute. Bis heute. Ja. Arme Chinesen. Jetzt haben sie schon so ein tolles System, was ihren Menschen helfen könnte. Und dann haben sie es mehr oder weniger verboten. Und es ist den Qigong-Lehrern, manchen Qigong-Lehrern, die jetzt in den Westen gegangen sind, die sich in China unterdrückt gefühlt haben, wie zum Beispiel meine Lehrerin, von der ich schon erzählt habe, die Gao Yun. Der ist sehr geglückt. Und die hat dieses Qigong in den Westen transportiert, nach Amerika und Australien. Hat dieses Geheimnis verraten. Genau. Wir hatten es, glaube ich, für ihn schon mal gehabt. Aber es ist egal, wenn du es nochmal zeigst. Ich kann es dir im Anhang auch nochmal aufschreiben. Oder zum Beispiel einer, der jetzt noch praktiziert, der Bong Jookit, hat ein ganz bescheidenes, rotes Buch geschrieben. Die Kunst des Qigongs. Die Kunst des Qigong, was ich hier somit als eines der besten Anfängerlektüren halte. Das wäre ja dann was für mich. Für Qigong. Leider vergriffen, ja. Muss gucken, ob du es im Internet irgendwo Gebrauch bekommst. Da steht so viel drin. Und da steht es auch drin mit dem freien Fluss. In den meisten Qigong-Büchern hast du immer nur Gebrauchsanweisungen, wie du dich zu bewegen hast. Aber über die Essenz des Qigongs, dass dadurch Qi in Bewegung gerät, diese Bewegung dich zum Schwingen bringt. Und dass diese Bewegung dich heilen kann. Ja. Das steht. Das ist ja dann auch die Heilung. Das wird auch gar nicht gelehrt. Also wenn du mich, was ich so sehe, in der Ausbildung der deutschen Qigong-Gesellschaft, da ist das überhaupt nicht drin. Ja, und wenn ich mit manchen Qigong-Lehrern rede, sagen die, was machst du? Qigong, der spontanen Bewegung. Das ist doch gefährlich. Das sage ich, du hast leider keine Abbildung. Also für mich ist ja dann auch, alles was fließt, ist ja die Heilung. Jede Blockade wird ja irgendwann zur Krankheit. So ist es. Ich verstehe es richtig. So ist es. Oder es ist wichtig ab und zu, dass man die Dinge zum Ausdruck bringt. Wenn du ein Blech hast, und das Blech ist eingedrückt durch einen Unfall, ist es wichtig, dass man das von der anderen Seite ausdrückt. Und so kommt auch nur das raus aus dir selbst, was in dir selbst gefangen ist. Deswegen auch die spontane Bewegung, weil das ja spontan aus mir rauskommt, was da eh fließen will, endlich. Es ist ein spontaner, der sich da entwickelt. Ich hatte, wie gesagt, das Glück hier, dass ich auch noch dieses in die Hand bekam. Eine Doktorarbeit, eine Promotion von dem Dr. Otz, der mir seinerzeit diese Verschuldung gestellt hat, dass ich mir die ausdrücken konnte. Der in den 80er Jahren drüben war. Und er hat über dieses Qigong, der spontanen Bewegung, eine Doktorarbeit geschrieben. Und das ist spannend. Das sollte eigentlich jeder Qigong-Lehrer, der anfängt hier zu unterrichten, einmal gelesen haben. Die heißt, Stille, Körper, laute, Leib. Ja, also das heißt, wenn eine Stille eintritt, dann kommt die Bewegung. Dann kommt die Bewegung aus der Stille, aus dem Yin kommt das Yang, das dann hervorbricht. Und das darf man nicht verhindern. Ja. Und ich stelle eins fest, nachdem ich jetzt 20 Jahre Qigong praktiziere, dass ich wirklich in meinen Gruppen vielen Menschen helfen konnte mit diesem Qigong, der spontanen Bewegung. Und würde mir wünschen, dass dieser Aberglaube in Deutschland aufhört und dass wir den Chinesen dankbar sein sollten, dass sie es verboten haben. Ja. Denn dadurch ist es in den Westen gekommen. Wir haben das Geheimnis des Qigongs. Wir haben eines der wahren Geheimnisse des Qigongs und müssen es nur erkennen. Und irgendwann wird vielleicht die Zeit kommen, dass wir es den Chinesen wieder zurückgeben können. Das wäre schön, wenn wir irgendwann wieder alle davon profitieren können. Genau. Ja, was wichtig ist bei dem Freien Fluss ist, wie stoppt man den Freien Fluss? Ich hatte dir das ja auch gezeigt bei den Übungen vorhin, zwei Dinge. Du fokussierst dich einfach auf deine Fußsohlen, also nebenan der Freien Fluss kommt, Fokus auf die Fußsohlen und dann hinterher legst du die Hände auf den Unterbauch, einfach zu den Händen der Hände. Rechts, links. Genau. Die Damen nehmen die rechte Hand nach unten, die Herren die linke. Das hat mit dem Jungen die andere Schlesen was zu tun. Ich meine, selbst wenn das mal vertauscht ist, ist das nicht so schlimm. Ja? Legst du übereinander, ich spürst sogar auch so legen, dass hier die Laugon-Punkte übereinander liegen der Hände. Also so legen. Genau. Schwimmerein ist wirklich besser anders, als wenn es so ist. Und dann gehst du mit dem Brustteil für ein paar Sekunden unterhalb, unterhalb der Hände und spürst rein, stell dir eine Sonne vor und dass dein Qi dort eingesammelt wird. Deine Augen öffnen, kurz Fäuste bauen, loslassen, alles wieder da, fertig. Und Abschluss macht ja jeder Qigong-Lehrer so, wie er das meistens möchte. Ja, wie er das ja auch gelernt hat in seinem System. Wichtig ist eins, auch für die Qigong-Lehrer, die noch keinen freien Fluss praktizieren. Man kann nahezu in jedes Qigong-System, in jedem Qigong-System den freien Fluss praktizieren. Ja? Also ich praktiziere den sogar ab und zu beim stillen Qigong. Ja? Und lasse ich auch ab und zu mal die Energie kommen. Aber das ist dann auch relativ selten. Aber die Leute müssen jetzt nicht noch spezielle Kurse in verschiedenen anderen Qigong-Systemen machen, sondern einfach vor dem Ende, vor dem Einsammeln des Qis einfach mal die Energie kommen lassen und damit ein bisschen rumspielen und damit experimentieren. Also, wie wir vorhin gemacht haben. Genau so. Genau so. Einfach mal loslassen. Wenn die Bewegungen schnell werden, nicht wundern. Man kann das jederzeit kontrollieren. Es kann mal sein, dass die Bewegungen so total schnell werden, dass die Hände sich so schnell drehen, das würde ich auch im Willen nicht hinkriegen. Kann man auch in die Luft... Ja, genau. Oder egal, was da kommt. Es kann auch mal sein, dass da auftrittst und fließen allem drum und dran. Kann alles irgendwie kommen. Das einfach zulassen. Aber in dem Augenblick, wo, wenn Emotionen kommen... Ja, ich habe das in meinen Kursen ab und zu, dass die Leute da stehen und plötzlich fangen an, die Tränen zu fließen. Ja? Und wenn die Tränen fließen, wenn die Tränen fließen aus dem Grund der Trauer, dann ist das ein Zeichen, dass das mit dem Lungen-Dick-Darm-Meridian auch zusammenhängt, dass der sich öffnet. Da steht in der chinesischen Medizin ja für die Emotionen Trauer. Nehmen wir mal an, das käme, dann empfehle ich den Leuten immer, die Meridian-Klopftechniken anzuwenden. Also EFT zum Beispiel, indem man die Akupunkturpunkte klopft und dadurch kann man die negative Emotionen sofort entladen. Also während der Übung oder nach der Übung dann gleich? Du, wenn die Leute... Nehmen wir die Leute stehen da, plötzlich wird man von Traube übermannt, weil es einem einfällt, dass da irgendeine Beziehung auseinandergegangen ist oder irgendwas Schlimmes irgendwie war, dann würde ich sofort anfangen, die Punkte sanft zu beklopfen. Ich bleibe im Fluss und beklopfe einfach. Beklopfe so lang, bis das weg ist. Und das ist super gut. Alle Punkte. Die Punkte, die damit... Ja, alle Punkte. Ja, es gibt verschiedene, mittlerweile so verkürzte Klopfsysteme. Ich bin da kein allzu großer Freund davon, die Handpunkte wegzulassen. Da ist zum Beispiel hier der Herzmeridian. Den lasse ich schon mal gar nicht weg. Also, das passt für mich nicht. Kannst du mir die nochmal zeigen? Genau, wir hatten das ja. Du erinnerst dich, wir hatten das schon mal, aber nur mal zur Erinnerung nochmal. Nimmst einfach Zeige oder Mittelfinger oder beide zusammen. Kannst du so machen oder so. Augenbrauen, fängst an, Augenbrauen innen sanft zu klopfen, also ungefähr so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so kurz. Augenbrauen innen, Augenbrauen außen. Ja, fängst an, genau. Augenbrauen außen. Dann unter den Augenmitte, der Magenmeridian noch als Beispiel. Dann die Punkte hier, oberhalb der Oberlippe, unterhalb der Unterlippe. Noch mal eine kurze Wiederholung. Augenbrauen innen. Ist ja egal, welche Seite. Nehmen wir, du bist jetzt hier in der Mitte. Mach Augenbrauen, genau. Da, wo die Augenbrauen anfangen. Augenbrauen Ende. Genau, Augen unter den Augenmitte. Und dann oberhalb der Oberlippe. Unterhalb der Unterlippe. Und dann die wichtigen Punkte hier, die so die Leberpunkte, indem du am besten in die flache Hand nimmst und hier so klopfst. Genau, was ich gerade mal zeigen darf. Ich habe wirklich mal hier vom Hals runter gesehen. Ich stehe ein bisschen die Punkte ungefähr da. Leichte Schlüsselbeine da drunter. Genau. Die Punkte sind für Klopfen. Und das ist das ganz wichtige Punkt Nira 27. Dann unter den Armen. Genau. So, die Handpunkte. Die sind ein kleines bisschen mehr tricky, weil es einmal auf der einen, auf der anderen Seite ist. Um das abzukürzen, um die Leute, die vielleicht eine Emotion sind, nicht allzu groß zu verwirren, mache ich einfach Folgendes, was ich auch von englischen Lehrern schon gelernt habe. Sie macht einfach Folgendes. Du gibst so, als würdest du hier so eine Zange nehmen und machst einfach hier so seitlich. Da, so. Ja. Und da, so. Also alle Finger. Genau, bei allen Fingern. Und da sind ganz sicher die Punkte mit dabei. Da kann man jetzt nicht so auswärts. Genau, einfach so. Kann gar nichts passieren. Und hier am Schluss machst du die Anklanke noch. Machen wir gerade nochmal. Mhm. Hier. Zap. Nächster. Nächster. Man muss gar nicht so lang bleiben. Nächster. Und da. Mhm. Und hier oben dann der Hundefalltreff. Ganz sanft. Machen wir gerade noch eine Session? Ja. So, das Entscheidende ist dabei aber, dass man das ausspricht oder zumindest denkt, was man dann fühlt. Also wenn man nachher steht und sagt, meine totale Trauer, meine totale Trauer. Und man weiß das gar nicht, warum man traurig ist. Da ist irgendwas im System, was sich entmüllt. Dann mache ich einfach Folgendes. Ich klopfe einfach, meine totale Trauer. Machen wir mit. Auch wenn wir jetzt keine Trauer haben. Ja. Augenbrauen in. Augenbrauen außen. Meine totale Trauer. Und dann ohne Trauer. Meine totale Trauer. Oder meine Wut auf den Chef oder den Partner. Keine Ahnung. Ja, super. Die Flachhand. Da. Arm. Unter die Finger. Der Lumpemeridian. Dickdermeridian. Herzbeutel. Dreifache Erwärme. Herzmeridian. Dünnermeridian. Mhm. Und hier will der Flachhand klopfen. Super gut. Und wenn die Trauer immer noch da ist, fange ich wieder von vorne. Und wie lange mache ich das? Bis es vorbei ist. Also ich habe noch keinen erlebt, der in der Trauer steckend geblieben ist während dieser Zeit. Ich entspanne mich einfach. Ich lasse es rausfließen. Und hinterher sagen die Leute, boah, super gut. Und jetzt geht mir das besser. Und jetzt kann ich vielleicht auch durchatmen. Ja. Oder es passieren einfach dann auch Dinge, die im Körperlichen irgendwie manifestiert sind. Aber Symptomen, die können einfach dadurch, dass sich die Emotion löst, ja, können die auch dann gesunken. Also das wäre nicht das erste Mal, dass ich das nicht unterlebe. Also man drückt nicht wieder runter. Genau. Sondern lässt es wirklich raus. Genau. Und wir machen es auch nicht taoistisch. Wir sitzen erst nicht raus. Also wir sind auch nicht mehr, was weiß ich, im 15. Jahrhundert und sitzen in den Rudernbergen und haben die Zeit dazu. Die Zeit ist auch heute auch so schnell. Wir brauchen auch Systeme, die relativ schnell helfen. Ja, genau. Die schnell helfen. Ja, schnell helfen und schnell greifen. Ja, also ich habe keine Lust, die 7 Jahre darauf zu warten, dass meine Trauer weg ist. Ich auch nicht. Wenn ich es in 7 Minuten machen kann. Ja, also das ist einfach irgendwie vorbei. Ja, genau. Also mein Dank geht wirklich an die Chinesen, die das herausgefunden haben, an Roger Callahan, Gary Craig, die diese wunderbaren Glob-Techniken aus dem Chinesischen entwickelt haben. Und das ist einfach toll. Das sollte im Prinzip jeder können. Damit kannst du die Emotionen entladen. Ja, das kann jeder lernen. Ich empfehle das den Leuten sowieso auch, das in einem Kurs mit der Handlauf-Techniken zum Beispiel zu lernen, weil man da eine Sicherheit kriegt und auch eine ganze Menge mehr Tricks als das, was wir jetzt können, was wir jetzt machen können. Das Entscheidende ist aber, dass man eine Technik hat, wenn man in die Emotionen kommt, dass man sie schnell helfen kann. Genau, das ist jetzt das Entscheidende. Und dann hat man im Prinzip zweifeligend eine Klappe geschlagen. Man praktiziert ein Qigong, um die Energie aufzubauen. Man hat eine Möglichkeit, über den freien Fuß des Qi fließen zu lassen, da wo es hin will. Und wenn es sich zeigt, dass Emotionen gelebt werden wollen, dann nehmen wir die nur ganz kurz und wir löschen einfach dieses System. Wir entladen einfach dieses System. Denn es ist wichtig, dass diese gestauten Emotionen einfach verschwinden. Und dadurch können in der Tat auch Krankheiten heilen. Es gibt ja auch diesen Film Emotion jetzt, der hier zu sehen ist. Genau, da wird ja behauptet, dass 90% aller Erkrankungen, Schmerzen aufgrund von staubenden Emotionen aus der Vergangenheit sind. Dass wir also nur in der Vergangenheit leben. Ich will nicht in der Vergangenheit leben, du verbunde ich auch nicht. Also lassen Sie es in der Gegenwart leben. Und es ist wunderschön, wenn man das Qigong der freien Bewegung praktiziert. Der normale Qigong-Lehrer, also was heißt normale Qigong-Lehrer? Der Qigong-Lehrer, der bis jetzt andere Qigong-Systeme praktiziert, ist herzlich gern eingeladen, zu seinem Qigong-System auch noch die freien, die spontanen Bewegungen mal auszuprobieren. Und ich garantiere ihm, dass er möglicherweise da viel Spaß und Freude erleben wird und auch in seinem Klientenkreis einige seine Erfolge verzeichnen kann. In diesem Sinne, ja, frohes Schließen lassen. Ja, wünsche ich auch. Genau, und tschüss. Tschüss.